Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich hier in meiner Welt. Mensch, ja, Dalton hat neue Sets rausgemacht und die möchte ich euch gerne vorstellen. Das sind diese vier Schätze-Lines. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe ja jetzt aktuell bis zum 12.11. auch den Code SingleClaudi, womit du 30% Rabatt bei Dalton bekommen kannst. Dieser Code gilt auf fast alle Produkte, die du dort finden kannst. Ist ausgenommen, ist leider der Adventskalender. Der ist aber gerade für 104,90 Euro verfügbar. Schau dazu gerne in der Infobox vorbei, da habe ich dir den Special Link reingepackt. Und ich kann dir empfehlen, da auch zum Beispiel den Ampullensprüher mit dazu zu bestellen oder dies, das, Ananas, was dir sonst noch so über die Füße läuft, was dir fehlt in dem Adventskalender. Und darauf bekommst du dann nämlich auch nochmal 30% Rabatt, was sehr, sehr cool ist. Und es ist auch so, wenn du dann noch was, also wenn du neben dem Adventskalender noch eine Kleinigkeit mit in den Warenkorb packst, bekomme ich nämlich eine kleine Provision. Ansonsten ist es so, dass ich keine Provision bekomme. Deswegen sage ich das einfach ganz transparent mal. Der Code ist nämlich Affiliated und wenn der dann in Kombination mit Produkten auch verwendet wird, die nicht rabattiert werden können, bekomme ich darauf trotzdem eine kleine Provision und so, verdiene ich halt mein Gehalt. Und ja, auf diese Boxen gilt der Code auch leider nicht, aber du hast hier auch ein mega geiles Preis-Leistungs-Verhältnis und ich wollte sie trotzdem zeigen. Es gibt auch ganz andere Sets dort. Schaut dazu auch gerne einfach mal vorbei, zum Beispiel das C-Set. Das ist so hammerkrass. Aber ich verlinke euch einfach diverse Sets oder auch direkt den Link zu dem Set oder zu den Sets generell in der Infobox. Schau super gerne mal in die Infobox. Ich packe die immer sehr voll mit Infos und Links und so weiter, um euch da halt einfach auch ein bisschen zu helfen. Wow, das war ein langes Intro. Ich möchte euch, wie gesagt, gerne diese vier neuen Sets vorstellen, wo du jeweils drei Produkte drin hast. Ich glaube, in jedem ist ein Full-Size-Produkt drin enthalten und zwei Reisegrößen, die du aber auch so auf der Dalton Homepage findest. Ich blende euch auch immer ein, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, also quasi, was man dafür bezahlt und was für einen Wert man halt bekommt. Und ich finde, das sind halt ganz gute Sets, um einfach so ein bisschen eine Art Starter-Set zu haben, wobei es gibt ja generell auch schon die Starter-Sets, aber halt sehr basic. Das sehe ich halt so, weil du hast drei Produkte, du bist dann halt einfach nicht direkt überfüllt oder so, dass du gar nicht weißt, was, wie, wann, wo verwendet wird. Und ich starte mit dem, was eigentlich jeder von uns ganz gut gebrauchen kann. Normalerweise, das ist das Beauty-Trend-Hydration-Set und das Ganze nennt sich auch Beauty-Trend-Edition. Und da haben wir zuallererst hier in der Originalgröße nämlich die Hyaluronic-Oreal-Hydro-Boost-Anti-Edging-Feuchtigkeits-Creme drin. Und in der Reisegröße sowohl das Triple Hyaluronic-Booster-Serum und auch das Triple Ceramide-Serum. Hier haben wir auch komplett... Okay, man sollte aufpassen, das kann rausfallen. Hier haben wir auch komplett Inhaltsstoffe drin, die auch easy mit allem anderen entsprechend kombiniert werden können, ohne dass man da irgendwie aufpassen müsste. Entschuldigung, Sam. Genau, also die Hyaluronic-Oreal-Hydro-Boost-Creme ist jetzt auch die 50ml Full-Size. Ist auch die Creme, die ich jetzt aktuell in Anwendung habe. Ich finde sie wunderbar. Das ist eine hautberuhigende Sache wegen dem Urea und wir haben auch diese Feuchtigkeitsspendende Geschichte, auch eben durch Urea und durch Hyaluronsäure. Die ist sehr, sehr reichhaltig. Im Sommer würde ich da eher die Emulsion zum Beispiel verwenden, aber im Winter ist es perfekt. Eine ganz, ganz großartige Creme. Und ja, dann haben wir halt die Ceramide und auch die Hyaluronsäure hier nochmal on top mit dabei. Ich glaube, ja, jeweils 10ml und hier haben wir auch diese Glaspipette und diesen Glasflakon und damit kannst du halt die Hautbarriere stärken und sie mit Feuchtigkeit versorgen. Kannst du auch alles in Kombination verwenden oder entweder oder, wie auch immer man das gerne möchte. Bei dem Set ist wirklich das ganz entspannt gehalten und ist auch wirklich für jeden Hauttypen geeignet. Meiner Meinung nach übrigens auch ein richtig schönes Geschenkset, was man nehmen kann, entweder zu Weihnachten oder zu Nikolaus, je nachdem, wie man wann wem halt entsprechend Geschenke machen möchte. Oder natürlich auch zum Geburtstag. Das nächste, was ich hier habe, ist das Beauty Trend Lifting Set. Das ist einmal dieses Schätzelein. Auch hier sind drei Produkte drin enthalten. Ich habe gelernt, schaut so aus, da haben wir die Extreme Lift Creme, Antifalten Creme als Full Size mit 50ml drin. Die Extreme Lift Reihe enthält einen Wirkstoff, der, ich habe den Namen vergessen, Leute, es tut mir leid, top vorbereitet. Aber das ist der Wirkstoff, der quasi das natürliche Botox darstellt. Also es ist wirklich eine Antifalten Creme. Das ist der Wahnsinn. Und die ganze Extreme Lift Reihe ist halt darauf konzipiert und sehr, sehr interessant tatsächlich. Hat seinen eigenen Duft, was ich sagen muss, was nicht ganz so meine Welt ist. Aber wenn man den Effekt sieht, nimmt man das einfach gerne in Kauf. Und ja, eine sehr gute Creme, wenn es halt darum geht, dass man sagt, man möchte so ein bisschen ein Bügeleisen übers Gesicht laufen lassen. Passend dazu ist ja auch ein Serum drin enthalten, was ich auch aktuell in Anwendung habe. Das ist das Retinol Serum. Da sind 10ml drin und das ist auch tatsächlich ein, ja, Antifalten Serum. Denn Retinol ist der Anti-Aging Wirkstoff schlechthin und habe ich hier oben mal im i-Verlink. Kannst du gerne mal vorbeischauen. Das wäre etwas, was man dann super abends verwenden kann in Kombination mit der Creme. Also bevor du die Creme verwendest, dass du das High Concentrated aufgibst. Oder du mischst es halt in die Creme mit rein, je nachdem wie du lustig bist. Und für morgens wäre dann total sinnvoll, das Vitamin C Serum zu verwenden, denn das spendet einen wunderschönen Glow. Und das kannst du dir auch super in deiner Creme mit reinmischen oder halt vorher pur aufs Gesicht geben. Und auch hier 10ml drin. Wundert euch nicht über den Duft. Das ist halt ein sehr natürlich gehaltenes Produkt. Das heißt, wir haben hier auch keine Parfümstoffe oder so drin. Dementsprechend riecht das ein bisschen kräuterig. Ich mag den Duft ganz gerne. Also ich mag auch sehr, sehr gerne. Das Vitamin C Serum von Dalton habe ich im Sommer gesuchtet. Set Nummer 3 ist das Refining Set. Also hier lassen wir uns ein bisschen verfeinern durch die Pflege von Dalton. Und auch hier sind drei Produkte drin enthalten. Das würde ich sagen, ist eher so für die Mischhaut geeignet. Ja, schaut so aus. Und hier haben wir auch eine etwas speziellere Pflege. Das heißt, wir starten zuallererst mit einer Creme, die wirklich richtig gut für Mischhaut ist. Aber die Creme wäre mir wahrscheinlich nicht passend genug, weil ich brauche mehr Feuchtigkeit. Das ist die Skin Balance Oyster Cream. Schaut so aus. Ich selber habe sie noch nicht verwendet, aber Kolleginnen haben sie getestet und haben gesagt, dass sie richtig, richtig gut sein soll bei Mischhaut. Ich glaube, Nicole Schickitas Place spürt da ziemlich drauf. Ja, aber wie gesagt, für meine Haut sensible, trockene Haut nicht ganz so geeignet, aber für Mischhaut und ölige Haut ist das die perfekte Reihe tatsächlich. Dazu kann man dann kombinieren, entweder das Niacinamid Serum oder das Acelain Säure Serum. Das würde ich auch morgens und abends oder eins an einem Abend und dann ein bisschen später das andere an einem anderen Abend, dass du dann quasi tageweise wechselst. Denn die Wirkstoffkonzentration in den High Concentrates ist halt wirklich sehr, sehr hoch und wirklich nah an der Grenze zu. Es darf nicht mehr frei verkäuflich sein. Denn Dalton ist Institutskosmetik und hier haben wir das Niacinamid Serum mit 10%, was einfach dafür sorgt, dass du eine ebenmäßige Haut bekommst. Da ist halt Pigmentflecken und halt alles, was irgendwie hier so pickelmalmäßig ist, Sonnenschäden oder sonst irgendwas, ausgleicht. Habe ich auch aktuell in Anwendung und ich mag sehr gerne Niacinamide. Musste halt immer ein bisschen schauen, womit man was wie kombiniert. Dazu habe ich euch auch ein Video gedreht und online gestellt. Ich habe es eben gedreht und ist vor ein paar Tagen online gekommen. Und ja, ich mag das auch sehr gerne. Also da hat Dalton ein ganz tolles Produkt rausgebracht. Wenn man nochmal etwas weiter in Richtung Niacinamide gehen möchte und sagt, ich möchte nicht nur ein High Concentrate haben, sondern ich möchte eine komplette Reihe oder verschiedene Produkte dazu haben, ein Serum, eine Creme, schaut euch die Bright Perfection Reihe an. Also die enthält auch Niacinamide und die sorgt halt auch dafür, dass eure Haut ebenmäßiger gemacht wird. Dann haben wir auch noch das Arcelainsäure Serum. Was ich halt selber für mich noch nie ausprobiert habe, das ist Skin Control. Also hier ist das also ganz interessant, muss ich sagen. Bei den Leuten, die das durchgezogen haben, die sagen alle, dass das richtig gut funktioniert hat. Man muss halt einfach nur so vier, ich glaube sogar bis sechs Wochen in Kauf nehmen, dass deine Haut halt einen Erneuerungsprozess durchmacht. Es resettet deine Haut quasi. Das heißt, alles, was an Unreinheiten irgendwo sich noch befindet, wird rausgehauen, sodass du halt wirklich am Ende von dieser Kur, die du dann ja auch machst, eine komplett neue, geile Haut hast. Und das habe ich auch bei meinen Kolleginnen gesehen, das habe ich auch gesehen bei den Dalton Mitarbeiterinnen, die mir das gezeigt haben, dass sie es gemacht haben und das siehst du einfach intensiv. Du musst da halt einfach eine Weile durch. Ist die Frage, ob man das möchte. Ich weiß nicht, ob Katrin von Katrins Welt und so das nicht sogar gemacht hat. Ich meine nämlich schon. Und ja, also das ist ein krasses Produkt, was deine Haut wirklich resettet. Also würdest du auf die Neustart-Taste drücken. Und das ist halt perfekt für ölige und Mischhaut geeignet. Und last but not least haben wir Beauty Trend Glow am Start. Das ist halt auch etwas, wofür mein Herz sehr schlägt, denn ich mag gerne Feuchtigkeit, ich mag gerne Glow. Und hier haben wir auch wieder drei Produkte drin, die ich sehr, sehr feiere. Und deswegen passt es halt einfach. Die große Geschichte, die hier mit dabei ist, ist ja immer eine Full-Size-Cream, ist hier die Q10 Energy Boost-Creme. Und da haben wir das Co-Enzym Q10 drin, was quasi dann ja von außen an die Haut kommt und mit dem hauteigenen Q10 kommuniziert und dem Q10 der Haut mitteilt, hey, hau doch mal deine Nährstoffe raus, damit Energie in die Zellen gehauen wird. Und dann wird der Zellstoffwechsel in Schwung gebracht. Dafür ist es quasi da. Und deswegen ist es der Energie-Kick fürs Gesicht. Und ja, ist hier mit drin. Und das spendet dann natürlich Glow, wenn du eine erneuerte Haut hast, wenn die Zellen arbeiten, wenn der Zellstoffwechsel angeregt wird. Und sowas ist natürlich auch hautregenerierend. Und dementsprechend gibt es ja den Glow und Anti-Aging-Effekt. So, dann haben wir hier aber auch noch den Triple Hyaluronic Booster mit dabei. Also 10 Milliliter und dadurch bekommst du ein High Concentrate, was quasi auf drei verschiedene Molekülgrößenarten die Hyaluronsäure gibt, sodass auch die Hyaluronsäure dann in unterschiedliche Hautschichten eindringen kann und Feuchtigkeit spendet. Wenn dann halt quasi Feuchtigkeit in die Zellen reinkommt, machen die Flop, werden quasi aufgeprobt und mit Feuchtigkeit versorgt und dementsprechend die Falten, Trockenheitsfältchen geglättet. Hyaluronsäure ist einfach ein Inhaltsstoff, den wir alle schon oft gehört haben und einfach sehr, sehr gerne mögen. Und deswegen ist es auch wieder ein Produkt, was sehr, sehr, sehr sinnvoll ist. Dann haben wir hier, deswegen würde ich dieses Set hier so auf Stufe 2 stellen. Stufe 1 ist für mich so das Hydration Set. Dann kommt Stufe 2 das Glow Set. Stufe 3 ist das Lifting Set. Und Stufe 4 ist das Refining Set. Also von der Intensivität der Wirkstoffe und dem, du musst ein bisschen aufpassen, was, wie, wann, wo funktioniert und wirkt. Genau. Wir haben das Vitamin C hier mit dabei mit stimulierendem Plankton, genau. Und Ferunasäure, das ist das, glaube ich, was ein bisschen so diesen Duft halt auch mit reingibt. Und hier haben wir halt ein Produkt, was der Haut Glow schenkt. Also bei dem Vitamin C ist es nämlich tatsächlich so von Danton, das gibt Direkt Glow. Das ist so geil. Und dann ist es halt so, dass Vitamin C ja auch diesen aufhellenden Effekt hat, sodass dann ja auch Pickelmale und Pigmentflecken und so, so ein bisschen auch aufgehellt werden dürfen. Genau. Das war jetzt Set Nummer 4. Und ich habe euch alles jetzt in der Infobox verlinkt. Schaut einfach gerne mal unten vorbei, wenn ihr mögt. Und wie gesagt, wenn ihr da noch etwas vielleicht Ampullen oder was auch immer dazu bestellen möchtet, macht das sehr, sehr gerne. Denn darauf könnt ihr dann auch meinen Code Single Cloudy für 30% Rabatt anwenden und dann auch noch ein bisschen sparen. Vielleicht, wenn ihr Bock habt, euch die Hydro Boost Maske dazu zu bestellen, um einfach so ein bisschen noch den Spa Moment komplett zu machen, kann ich sehr empfehlen. Auf jeden Fall meine absolute Lieblingsmaske. Nun, ihr Lieben, das wäre es jetzt hier schon von mir gewesen. Ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen auch einen Überblick geben konnte über die neuen Sets, die jetzt bei Dalton eingezogen sind. Und dass ich euch auch ein bisschen einen Einblick in die Produkte, über die Wirksamkeiten geben konnte. Wenn du da noch ein bisschen tiefer reingehen möchtest, kannst du dir gerne hier meine Playlist anschauen. Da habe ich was über Skincare erzählt. Also da ist einiges über Skincare drin. Ich habe eine komplette Skincare-Playlist. Also da ist auch von Dalton einiges zu finden. Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.